Die Rhebenrechte! Die Rhebenrechte! Die Rhebenrechte! Die Rhebenrechte! Die Rhebenrechte mit der Rhebenrechte an. Sie möchten Sie an euch richten. Die Rhebenrechte an. So, okay. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ich denke, hier stellt man sich die Rhebenrechte an. Es sind fühlende und leistfähige Lebewesen, die einer überflüssigen Mode mit gnadenlos bestraucht und ausgebotet werden. Denn die Tiere in der Petzelsindustrie haben nur eine Angst und Brauchstechnik-Stimmung. Die Waren produziert der Gase, der Schaden, der Schaden oder der Schaden verräumtet. Die Schaden und nach der Bundeskanzlerin die Rhebenrechte spielt keine Rolle. Ich will nicht nur, dass das Gebiet von Ihnen gefällt, beschädigt wird. Sie ist guckenlos für die Menschen sein. Die Rhebenrechte mit der Schaden. Die Rhebenrechte mit der Schaden. Vielen Dank.